Auf dieser XP Map könnt ihr 500.000 XP machen. Als allererstes geht ihr zum Spind und drückt dort diese Taste. Als nächstes geht ihr rechts daneben an die Buttons und gebt dort folgenden Code ein. Nun geht ihr rechts daneben zum Teleporter Knopf, drückt den und wartet 10 Minuten ab. Nun ladet ihr hier und könnt schon mal alle Buttons drücken und bekommt schon mal 200.000 XP. Geht dann geradeaus nach links und drückt dort den nächsten Button. Durch den Button bekommt ihr den Gravity Effekt und könnt dann damit auf die Map drauf springen und oben findet ihr dann die nächsten Knöpfe. Hier angekommen gebt ihr den nächsten Code ein, der heißt 436 und dann drückt ihr auch wieder auf den Teleporter Knopf. Sobald ihr das nun getan habt, läuft auch wieder ein 600 Sekunden Timer, also 10 Minuten Timer ab und dann kommt ihr in die Endlobby. Und nun erhaltet ihr nochmals 300.000 XP. Lasst jetzt noch unbedingt ein Like und ein Abo da.